Du denkst, alles was du denkst, wird sich genau so zeigen. Kann ja gar nicht sein. Doch. Du denkst daran, der Spiro hat noch nicht angerufen, der ruft jetzt gleich an. Dann wird gleich der Telefon klingeln, dann kannst du sofort ausgehen. Ja, beim Spiro geht das auch. Nee, das geht auch bei... keine Ahnung. Also ich rufe dich nicht an, das ist mal sicher. Denk mal gerade, warte. Hallo. Hallo, hier ist der Telefonband. Müssten Sie ein Handy kaufen? Ich habe hier den ganzen Tag geblendet. Zeig mal nochmal kurz, wo das Wasser herkommt, was dann verjuchtet. Das Wasser, das gehört aus Bad Ems. Das ist mein voller Ernst jetzt. Ich meine, das ist auch total ernst. Du bist auch hinter der Schattenmann, man sieht dich gar nicht. Irgendwie hat man ja dunkel. Naja, egal. Erzähl nochmal, wo genau? In Bad Ems. In der Innenstadt unten an der Kurpromenade. Müssen Sie die Treppe... Hey, das ist doch geil, oder? Er funktioniert, oder? Das geht doch, ey. Das geht doch, ey. Das geht doch, ey. Bis zum nächsten Mal.